Hallo und willkommen. Können Sie live verfolgen auf dem Kanal Sky Bundesliga 3 HD das Spiel des elften Spieltags der zweiten Bundesliga. Hannover 36 Karlsruher SC. Diesen Samstag, 2. November 2024 um 13 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.